Ah, stinklangweilig heute. Ich ruf den Ivan mal an. Bumm! Und so haben uns die lieben Russen eine unfreundliche Überraschung beschert. Unser Planet ist halbwegs gespalten. Wir hoffen jetzt auf mehr Rücksicht des amerikanischen Präsidenten, als der böse Ivan gezeigt hat. Das will ich dir erklären. Deller ist für die Küche und Deller für das Schlafzimmer des Präsidenten. Kriegt er denn auch? Lass mich doch auch mal! Oh, 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 oh!